Lasst uns eintauchen in die Welt der Klassiker. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder eingestellt habt. Heute möchte ich ganz gerne eine Serie starten, in der ich über die richtig, richtig tollen Klassiker spreche. Das Interessante an einem Trenchcoat ist, dass er einen sofort richtig gut kleidet und dass man sofort richtig gut angezogen aussieht, wenn man mit ihm nach draußen geht. Das Schöne an ihm ist, dass wenn man ihn etwas schicker stylt, das schon total richtig gut passt, aber wenn man ihn ein bisschen sportlicher stylt, mit einer Jeanshose oder einer Jogginghose sogar, das einen richtig tollen dynamischen Look ergibt. Er ist nicht diese typische olle Jacke, die man so hat, mit der man rausgeht und die einfach nur Hauptsache wetterfest ist, sondern er ist so ein Allwettermantel, der, wenn man ihn anzieht, man auch draußen sehr gut aussieht. Ich habe das Gefühl, manchmal, wenn man so ein bisschen Styling betreibt, dass das häufig einfach wirklich nur die normale Bekleidung betrifft, Shirts, Hosen, Pullis und so weiter, aber dass halt Jacken ganz, ganz häufig außen vor gelassen werden. Und gerade so im Winter fällt mir das auf, dass draußen einfach nur, wenn man so sich die Menschen anguckt, durchweg alle Hauptsache warm, Hauptsache wetterfest angezogen. Aber mit einem Trenchcoat ist man auch draußen schön unterwegs. Also der Trenchcoat kleidet einen stilsicher und man kann fast nichts falsch machen damit. Das, was ich an ihm liebe ist, wie ich gerade schon gesagt habe, dass es ein Allwettermantel ist und typische Trenchcoat-Details und das, was einen Trenchcoat auch ausmacht, sind diese sehr, sehr lose Schnittform. Es ist ein sehr loser, weiter Mantel. Auch die Ärmel sind relativ weit geschnitten in dem klassischen Sinne. Es ist in den meisten Fällen ein Doppelreiher, also man hat zwei Reihenknöpfe. Dann wird er gegürtelt getragen, also da ist meistens ein Gürtel dabei. Außerdem sind typische Details für den Trenchcoat Schulterklappen und der Schultersattel, der ja auch so ein typisches Element eines Regenmantels ist und außerdem Ärmel, Riegel und diese wunderschönen Hornknöpfe und diese sehr, sehr, sehr schöne beige Farbe für den Regenmantel. Also das ist ein typischer Mantel, der total ausgestattet ist, viele Details an sich hat und einem richtig viel zu bieten hat. Ein bisschen bewegt sich der Trenchcoat in der Welt eines Wickelmantels oder eines Sportcoats, aber ja, das sind die typischen Details für ihn. Was ich auch interessant finde, ist, dass der Trenchcoat das allererste Mal im Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg auf der Bildfläche erschienen ist. Der Trenchcoat war der typische Regenmantel der Soldaten und das Wort Trench heißt ja auch übersetzt Graben oder Schützengraben. Sie haben ihn also während des Kriegs getragen und das war Teil der Uniform. Sie haben beispielsweise an ihren Schulterriegeln die Rangabzeichen dran gehabt und haben dann nach dem Krieg den Mantel gekürzt, damit sie ihn weiterhin im Alltag tragen könnten. Und etwas berühmter geworden ist er dann durch Audrey Hepburn und ein paar weitere weibliche Figuren, die den Mantel so ein bisschen berühmter gemacht haben und tragefähiger so für die breite Masse. Aber als der Vater des Trenchcoats gilt die Marke Burberry, die ja heutzutage noch richtig, richtig feine Trenchcoats herstellt. Und was auch einer der Vorteile des Mantels ist, ist, dass, weil er früher so viel Funktion erfüllen musste, sind all diese Elemente bis in die heutige Zeit über geschwappt. Und der typische Trenchcoat wird hergestellt aus dem Stoff Gabardin. Das ist ein sehr, sehr fester Stoff, der wasserabweisend ist und auch heutzutage werden in den meisten Fällen Stoffe wasserabweisend ausgerüstet, sodass man ihn als Regenmantel tatsächlich hernehmen kann. Aber natürlich gibt es den Trench heutzutage auch in allen möglichen Varianten, auch Herbstvarianten, Frühling-Sommervarianten, die ein bisschen leichter hergestellt sind, beispielsweise auch Teile ohne Ärmel, also wie so eine lange Weste. Es ist nicht immer dieser fest Regenmantelstoff, aber ja, der klassische Trenchcoat ist schon ein bisschen fester und ist auch breiter geschnitten. Auch mit breiteren Ärmeln und Form bringt man da eben durch den Gürtel rein, den man sowohl vorne zu knöpfen oder zu knöpfen nicht, zumachen oder zu binden, kann aber auch gerne hinten, da gibt es alle möglichen Varianten. Beim Styling eines Trenchcoats kann man so gut wie gar nichts falsch machen. Ich finde, ein Kleid sieht dazu sehr, sehr gut aus, wobei bei dem Kleid würde ich so ein bisschen darauf achten, dass ich die Längen miteinander abstimme. Etwas länger ist okay und ein kürzeres Kleid geht so gut wie immer dazu. Dann kann man natürlich auch eine sehr, sehr enge, schmale Leggings dazu anziehen oder eine Jeanshose, aber auch breite Hosen passen wundervoll dazu. Etwas schicker sieht das aus, wenn man sich die Haare hochstylt, so ein bisschen hoch macht und etwas auffälligere Ohrringe anzieht. Aber offene Haare sehen auch wunderschön dazu aus, es sieht einfach so ein bisschen entspannter aus. Und mit Pferdeschwanz macht das Ganze so ein bisschen sportlicher, was ich auch sehr, sehr schön finde. So eine High Heels zu dem Mantel, weil es den Look nochmal so ein bisschen hebt, aber auch Sneakers sehen wundervoll dazu aus. Was ich halt nur empfehlen würde, sind weiße Sneakers, weil sie halt zu dieser beigen Farbe sehr, sehr schick aussehen. Und wie ich vorhin gesagt habe, lässt sich der Trenchcoat vorne gürteln und zumachen, dann sieht er richtig angezogen aus. Wenn man ihn hinten gürtelt, sieht das ein bisschen legerer und zurückgelehnter aus, aber dann würde ich vorne gar nicht zuknöpfen. Also den dann halt offen tragen und wie so ein Überwurf tragen. Wenn ihr selbst auf der Suche nach einem neuen Trenchcoat seid, passt nur auf, dass ihr da die richtige Länge für eure Körperform erwischt. Also kleinere Frauen sollten da so ein bisschen schauen, dass sie die kürzeren Varianten aussuchen. Und ansonsten kann man da gar nicht sehr viel falsch machen. Also ich bin persönlich ein riesen, riesen Fan davon, auf die Schulterpartien zu achten. Ich finde, dass der Trenchcoat passend sein sollte, also nicht zu eng, auch nicht zu oversized. Sollte also wirklich an der richtigen Stelle hier an dem Schulterende aufhören. Und Frauen, die etwas breitere Hüften haben, werden diesen Trenchcoat lieben, weil die Hüfte kaschiert wird und der Fokus auf den Oberkörper gelegt wird, weil da so viele Details sind, so viele Schulterklappen und Riegel und Knöpfe und so weiter. Also ein Muss für Leute mit Birnenfigur. Der Trenchcoat ist also ein Klassiker, den jeder in seinem Kleiderschrank haben sollte. Er ist sehr, sehr vielseitig einsetzbar und macht die Arbeit eigentlich ganz von alleine. So, das war's für mich diese Woche. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, diese Serie gefällt euch. Einmal im Monat würde ich gerne so eine Art Video rausbringen, wo ich über einen Klassiker spreche. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, ob ihr schon eine Trenchcoat besitzt und wenn nein, wieso nicht? Schreibt es mir unten rein. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt auf euer Feedback, eure Meinungen. Schreibt sie mir unten rein. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, ciao.